willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem torsten und ich höre gerade dass die musik bischof so laut ist glaube ich kann das sein ja 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 okay die muss ich erst mal ein bisschen leiser machen glaube ich zumindest dann machen wir die mal bis hier so hin ich bin im clan one star only gewesen am 11 11 2011 das datum ist sicherlich ein begriff für einige die ein bisschen was nicht mehr feiern konnten aber ist glaube ich dies ja ich nenne es ja mal so oder öfter mal so ist glaube ich nicht so schlimm und ja ich war hier eingeladen zu einem netten 50 x 13 klankrieg also auf beiden seiten dann 100 rathaus 13 die hier zwei tage lang gefaltet haben beziehungsweise ein tag vorbereitung ein tag fight und wir haben ja schon einiges im live stream am wochenende gesehen hier raus und ja ich muss sagen net 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 allerdings zeitmäßig ja ein bisschen war ich ein bisschen verpeilt da ich ja auch im luxe im turnier war und habe dort auch noch das ein oder andere festgehalten für euch beziehungsweise für euch beziehungsweise live ja gezeigt und das hat auch schon ein bisschen das hat auch ein bisschen zeit in anspruch genommen dann kommt ja auch noch dazu dass ich auch privatleben habe und ja tatsächlich mein angriff hier verbummelt habe also zumindest meinen zweiten den ersten habe ich gemacht gemacht und dementsprechend war ich eigentlich ganz zufrieden aber ich denke mal die jungs und mädels hier waren auch sehr sehr zufrieden vor allen dingen mit dem klang krieg hier denn da ging es auch heftig zur sache hier auch gleich zu anfang vor allen dingen am ersten abend haben hier viele ich will nicht viele was gegeben aber hier kam richtig was was rum und ich will die angriffe gar nicht großartig dokumentieren hier ich will einfach sagen jetzt nach dem nach diesem angriff hier lehnt euch einfach zurück und ich versuche das festzuhalten was ich noch nicht festgehalten habe sollte dann anrufe sein den ich jetzt schon im live stream gesehen habe weil ich mein live stream jetzt noch nicht noch mal gucke um zu checken was hast du eigentlich schon gezeigt und was nicht nämlich nämlich das ganze so wie es kommt und ihr könnt euch die nächsten 20 25 minuten ganz entspannt zurücklehnen und könnt ihr die schönen rathaus 13 angriffe anschauen also würde ich sagen let's go Platsch 5 lip placing Untertitelung des ZDF, 2020 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 Until you break my thoughts Until you break my thoughts I'm throwing wishes in a while In hopes that That you keep them for yourself And know that Know there was a time When we never let go Never let go We never let go We can't figure this out Put your feet down We are the lucky ones Follow your choices Terrified of what's left Remains I'm sad until you break my mind Until you break my mind Until you break my thought Until you break my thought These sticks and stones will break They will break They will break They will break Love you Hope you do Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020